In dem heutigen Video möchte ich euch zwei Methoden zeigen, wie ihr den Sturmrufer ganz easy besiegen könnt. Und zwar müsst ihr den auch bei der AK3 Mission Sperrstunde besiegen und ich zeige euch jetzt zwei Möglichkeiten dafür. Doch vorab möchte ich sagen, wenn dieses Video 80 Likes erreicht, werde ich wieder einen Stream starten, wo ich euch Geld droppet und den Raygun Bauplan. So, ihr nehmt das Karambitmesser mit Leute, weil das ist richtig schnell und Täuschgranaten. Dann verbessert ihr die Waffe, am besten auf Lila. Ich habe sie jetzt dreimal gepanscht mit einem Kristall. Falls ihr kein Geld habt, dann farmt erstmal ein bisschen, sodass ihr eure Waffe verbessern könnt. Dann würde ich als nächstes Todesdaikiri kaufen für zusätzlichen Damage. Wenn ihr dann soweit ready seid, dann geht in die Mitte des Ethers Turms, werft eure Täuschgranate, damit euch die anderen Zombies nicht angreifen und jetzt müsst ihr nur noch mit dem Messer auf den Jünger spammen. Und ihr seht, der geht relativ schnell down, Leute. Wichtig dabei ist halt auch, dass ihr die Täuschgranaten dabei habt, damit ihr den in Ruhe messern könnt. Ansonsten nerven euch die Zombies und ihr werdet nicht viel Zeit haben, weil ihr immer wieder wegrehen müsst und der wird sich in der Zwischenzeit wieder heilen. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Methode. Hierfür braucht ihr das Bloodburner Motorrad. Und ich werde euch jetzt mal eine Karte einblenden, wo ich sieben bekannte Spawns für dieses Motorrad markiert habe. Das sind nicht alle Spawns, halt nur die Siebeln, die man schon kennt. Und diese sieben Pfundorte könnt ihr einmal ablaufen und vielleicht habt ihr Glück und findet das Motorrad dort. Wenn ihr das Motorrad dann habt, dann müsst ihr erstmal so um die 20 Zombie-Kills machen, damit sich unten rechts der Spezialangriff vom Motorrad, der Ether Impuls, auflädt. Das sind so um die 20 Kills. Und für alle, die es noch nicht wissen, ihr könnt mit dem Motorrad sogar über Wasser fahren. Wenn ihr euer Motorrad dann aufgeladen habt, dann begebt euch in die Mitte des Sturms, geht zum Jünger und aktiviert einfach den Spezialangriff, den Ether Impuls neben denen und er ist instant tot, Leute. Das war es dann auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir die Kommentare. Und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das an dieser Stelle jetzt kostenlos tun und die Glocke aktivieren, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst und immer auf dem neuesten Stand bleibst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.